Garcia IV. Der Restaurator war ein König von Navarra aus dem Haus Jimenez. Er wird gelegentlich auch als Garcia VI. gezählt, sofern die Könige von Pamplona aus dem Haus in Igech mit einbezogen werden. Leben, Garcia IV. War ein Sohn des navaresischen Infanten Ramiro Sanchez, Herr von Monsun und Logrono, und der Christina Rodriguez Esch, einer Tochter des berühmten Rodrigo Díaz el Cid de Viva. Sein Großvater Sanko Garces war ein unehelicher Sohn des Königs Garcia III. von Navarra gewesen, weshalb er nach der Ermordung seines Halbbruders Sanko IV. 1076 in der Thronfolge der Könige von Aragon übergangen worden war, die ebenfalls dem navaresischen Haus Jimenez angehörten. Navarra und Aragon waren seither für mehrere Jahrzehnte in Personalunion vereint gewesen. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Garcia die Herrschaft in Monsun und Logrono und diente seither seinem Vetter, König Alfons I. von Aragon Navarra. Im August 1134 kämpfte er in der Schlacht von Fraga gegen die Maurin mit und floh nach der Niederlage mit dem tödlich verwundeten König in das Kloster San Juan de la Penne, wo der König starb. Obwohl Alfons I. seine Königreiche per Testament den Ritterorden der Templer und Hospitaliter vermachte, überging der aragonessische und navaresische Adel diesen letzten Willen. Während die Aragonesen mit Ramiro II. den Bruder des Totenkönigs zu ihrem neuen König wählten, entschieden sich die Navaresen in Pamplona für Garcia, um so die nunmehr 58-jährige Personalunion mit dem ungeliebten Aragon zu beenden. Die zwei neuen Könige räumten die dadurch entstandenen Konfliktfelder im Frühjahr 1135 bei einem Treffen in Wadoluongo aus, in dem das Verhältnis Garcias gegenüber Ramiro II, wie das eines Sohnes zu seinem Vater definiert wurde, was also einer Adoption mit inbegriffener Unterordnung Navaras gegenüber Aragon gleich kam. Dieses Verhältnis weichte Garcia aber noch im selben Jahr auf, als er in Naira gegenüber König Alfons VII. von Leon-Kastilien als dessen Vasal huldigte und von diesem den Schwertleiter erhielt. Der leonensische König beanspruchte nämlich eine imperiale Oberhoheit als Kaiser von ganz Spanien über alle Reiche der iberischen Halbinsel. Aber auch mit dem Kaiser geriet Garcia bald in Konflikt, als er seine Vasalität aufkündigte und Ansprüche auf Jarioja erhob. Ein alter navaresischer Landstrich, der schon länger unter der Kontrolle von Leon-Kastilien stand. Dazu verbündete er sich mit Alfons I. von Portugal und vereinbarte mit ihm einen Zweifrontenkrieg gegen Alfons VII. Gegenüber dem Kaiser geriet Garcia jedoch schnell in die Defensive, nachdem sein Verbündeter nach unterlegenem Kampf früh aufgab. Weiterhin verbündete sich Alfons VII. mit Raimund Beringer IV. von Barcelona, der seit 1137 auch in Aragon herrschte und beide Herrscher griffen nun ihrerseits Navarra an zwei Fronten an. Während Garcia gegen den Grafen von Barcelona in einer Schlacht zunächst noch siegreich war, musste er gegen Alfons VII. eine Niederlage hinnehmen. Nachdem seine Feinde im Februar 1140 im Pakt von Carrion die Aufteilung von Navarra vereinbart hatten, unterwarf sich Garcia auf Vermittlung des Grafen Alfons Jordan von Tulaus erneut dem Kaiser und sprengte somit die Allianz seiner Gegner. Die Unterwerfung wurde durch seine Verlobung mit einer Tochter des Kaisers untermauert. Den Krieg gegen den Grafen von Barcelona setzte Garcia hingegen fort und besetzte zeitweise Taragioa. Im Jahr 1147 nahm er an dem Feldzug zur Eroberung von Almeria teil, Ehen und Nachkommen. In erster Ehe war Garcia nach 1130 mit der französischen Adligen Margarete de l'Aigle verheiratet, Tochter von Ghibert, Herr von l'Aigle und dessen Gattin Juliane von Leperche. Mit ihr hatte er zwei Töchter und einen Sohn, Margarete, Lemniskate 1150 mit König Wilhelm I., von Sizilien, Sanko VI., der Weise, König von Navarra 1150 bis 1194, Blanca, Lemniskate mit König Sanko III., von Kastilien. Am 24. Juni 1144 heiratete er unter großen Pomp in Leon in zweiter Ehe Urakala Asturienne, eine illegitime Tochter Alfons VII., von Leon Kastilien. Mit ihr hatte er eine Tochter, Zanscher, erste Lemniskate 1165 mit Gaston V., Vizegraf von Byrne, zweite Lemniskate 1173 mit Petro Manric de Lara, Vizegraf von Naborne. Mit einer Maitresse hatte er einen illegitimen Sohn, Rodrigo Garces, Graf von Montescalioso. Fußnoten Chronicle Latina de los Reis de Castilla, Buch 1, 5. Punkt, Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 58 s, 83. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 62 s, 84 bis 85. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 63 s, 85. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 73 bis 74 s, 90 bis 91. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 88 bis 89 s, 97 bis 98. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 90 s, 98 bis 99. Chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 91 s, 99. Poema de Aimeria hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. 275 s, 174 s, 174 s, chronica Ade von si Imperatores hrsg, von Glenn Edward Lipsky in The Chronicle of Alfonso and the Emperor. Buch 1, 91 bis 92 s, 99 bis 101.